Willkommen zu einer neuen Runde Jurassic Park Builder. Wir haben ja gerade erst angefangen, deswegen gibt es hier noch nicht so viel, aber Missionen mache ich auf jeden Fall immer weiter. Du hast ihnen wirklich alles gezeigt, was mit der Futterproduktion zusammenhängt und sie sind noch nicht geflüchtet, nicht schlecht. Ja ja, hey Mensch, genau, hast du wieder eine Mission für uns? Doch nicht so toll heißt die Mission, zeige unsere besten Gebäudeentwürfe und bau zwei Gebäude. Kriegen wir hin. Definitiv, hier ist auch noch eine andere Mission offen. Jetzt sammeln wir mal den Shit hier ein. Diesmal sammle ich alles ein, ja, ein paar hatten bemerkt, dass ich nicht alles eingesollte habe beim letzten Mal. Äh, kostet mir zu viel. Das jetzt abzuholzen. Ja, ich habe relativ viel Platz, denn ich hatte ja einige Dollars investiert, um mir den Platz zu schaffen. So, wir sollen zwei Gebäude bauen. Habe ich das richtig verstanden? Wir machen es einfach mal, vom Preis her gehen die jetzt. Okay, jetzt waren wir nicht die Richtigen. Ich soll Pflanzenfresser dreimal füttern. Habe ich denn noch Pflanzenfresser, die gefüttert werden können? Ist die Frage. Wenn ich den jetzt hier fütter, dann entwickelt er sich. Ebenfalls. Ebenfalls. Das ist ein Fleischfresser. Und ebenfalls. Die Mission kann ich hier gerade wohl nicht erledigen. Ich habe zwar noch ein paar Dollars, aber die sollte ich sparen. Habe ich soweit mitbekommen. Ich verfüge über ein T-Rex-Fossil. Damit ich ihm beweisen kann, dass wir richtige Paläontologie im Park träumen. Okay. Schauen wir mal, wo es das gibt. Ah, ich vermute, es ist dann hier unter den Verzierungen. Ähm. Ne, 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 ne. Da. 13.000. Boah. Kann ich mir gerade so leisten. Heftiger Zufall. Ist natürlich eine Verzierung und sollte in der Nähe eines Parks, eines Geheges gesetzt werden. So. Nächster Auftrag beendet. Okay. Raus aus dem Elfenbeinturm. Lass dem Professor zusehen, was du, wie du einen Pflanzenfresser eine Stufe aufsteigen lässt. Jetzt hilft dem Professor dabei, einem Fleischfresser eine Stufe aufsteigen zu lassen. Okay. Okay. Den haben wir denn hier. Den können wir mal ein bisschen futtern. So, der ist schon aufgestiegen. Okay. Hier kann ich jetzt leider nichts investieren in den Dino. Wir brauchen vielleicht noch einen Pflanzi. Einen Pflanzi-Fressi. Oder wir können das hier erstmal entschlüsseln. Können es mal probieren. Ah, schade. Und so viel Kohle habe ich nicht mehr. Aber wir können nochmal in unseren Aquapark gucken. Einfach mal vorbeischauen. Lade Park. Was hier abgeht. Hier sind auch noch ein bisschen Nahrung und so für meine Viecher. Und ich glaube zu wissen, dass ich auch mal ein Viech gebaut habe. Yeah. Erweitere den Aquapark. Platziere eine grüne Alge. Die grüne Alge können wir auch noch platzieren. Grün ist... Ach, kostet zu viel. Äh. Ach komm. Aber reicht glaube ich noch nicht, oder? Noch lange nicht. Miest. Miest. Selbst jetzt wird es noch knapp so. So sollte es passen. Und wir haben hier auch noch unsere Expedition. Wir öffnen ihn mal. Ergebnisse. Oh. Hätte ich gar nicht machen müssen. Das ärgert mich jetzt. So, ich schicke da wieder eins los. Das dauert natürlich wieder neun Stunden. Ja, was heißt natürlich? So natürlich finde ich das nicht. Was haben wir denn hier? Ach so, das können wir entfernen. Das war ja nur so ein Gebiet hier. Müssen wir machen. Aber ich sollte jetzt nicht allzu viel Kohle hier unten lassen. Sondern mein... Ah, hier ist ja noch was. meinen oberen Park etwas verbessern. Also den Jurassic Park. Nur da ging es ja gerade nicht. Hauptsache Mission. Mission, Mission. Okay. Okay. Okay, ich soll den ersten Dino platzieren. Kein Bock. Nee, muss ich ja. Um weiter zu kommen. So, ich hau hier den ganzen Scheiß mal weg. Zack, zack, zack. Das sieht schon mal ganz gut aus. Den können wir auch noch mal verbessern. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir auch wieder hoch. In den Jurassic Park. So. Hier gibt es nämlich wieder Money. Money, Money, Money. Money, Money, Money. Gib es mir. So. Ist auch noch ein bisschen Money für mich hier. Okay, hier war ja noch was zum Forschen. Komm schon, komm schon. Oh, fucky. Nochmal. Ja. Oi, da muss ich aber lange forschen, du. Ich probier's. Irgendwann muss ich's sowieso machen. Ene, mene, Mist. Und es rappelt in der Kiste. Komm, komm. Ja. Komm schon, ich hab nicht so viel Kohle. Komm schon. Sei nett. Aber selbst so wird es knapp. Es muss schon jeder sitzen. Komm schon, komm schon. Oh. Ja. Okay. Äh. Schätzungsweise noch zwei oder so. Ne. Dein Ernst. Toll. Letzter Versuch. Ja. Verkackt. So ist das Leben. Würde ich sagen. So haben wir noch irgendwann mal einen Auftrag hier. Was versetzte drei Dinosaurier, damit sie sich nicht zu sehr an ihre Umgebung gewinnen. Das wäre Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Das hätten wir. Das war jetzt das andere. Entferne fünf Straßen, damit ich den Weg überhaupt nicht finden. Ach ja. Straßen entfernen. Entfernen hab ich gesagt. Ach. Das muss man hier extra anklicken. Ja. Ich bin noch so voll im Jurassic World Modus. Da geht das nämlich alles so. Weil ich das hier auch viel besser finde. Dann kann man sich nicht vertonen. So. Auftrag erledigt. Das bedeutet wieder Kohle und Erfahrung. Und natürlich einen neuen Auftrag. Wow. Okay. Immerhin. So. Wir wollten hier unsere Forschung zu Ende bringen. Komm schon. Komm schon. Ja. Okay. Es braucht doch noch ein bisschen länger. Du verarschst mich doch. Nein. Meine schöne Kohle. Eieiei. Oh. Noch einmal. Und ich habe auch nur noch Kohle für. Einmal. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein. Ich muss jetzt irgendwo sieben herkriegen. Oh. Passt. Degeneriert schnell genug. Genau wie der bei Jurassic World. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Wir haben es geschafft. Zum Markt. Ja. Wird es mich verarschen? 21.000? Dein Ernst? Dein Ernst? Okay. Ich musste mich jetzt kurz zusammenreißen. Das heißt also sparen, 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 sparen. Die die nämlich morgen haben. Den Dini. Das kostet mich Dollars. Das kann ich gerade nicht. Das kostet mich Dollars. Selbst wenn ich jetzt meine Dollars hier alle einsetze, dann kriege ich ihn trotzdem nicht zusammen. Einfach zu teuer. Heilige Scheiße. So. Gucken wir uns nochmal die Aufträge an. Pflanzenfresser dreimal für. Den können wir leider nicht machen. Für der. Ja. Ich habe einen Paricephalosaurus. Wo ist der denn? Den habe ich ja eigentlich schon letztens gesucht. Das ist der Tricere. Ach hier ist der. Bei den habe ich leider schon gefüttert. Ist das Problem. Warum mache ich doch sowas, dass ich die komplett durchfütter? Muss ich also erst entwickeln bevor es da weiter geht. So ein Mist. Weil ich immer zu schnell bin. Das zeige unsere beiden Gebäudenwürfe unten. Bau zwei Gebäude. Ach Mensch Mädels. So viel Kohle habe ich nicht. Also hier sind schicke Gebäude, aber ich kann sie momentan echt nicht bauen. Deswegen würde ich sagen, machen wir auch erstmal wieder Schluss. Hier gibt es noch nicht allzu viel zu tun. Ich werde mal schauen, dass ich bis morgen einiges Kohle ranschaffe. Und ein paar Missionen mache, damit es weiter geht und noch spannender wird. Ich glaube, hier gibt es ja auch so Kämpfe wie bei Jurassic World. Da bin ich schon übelst drauf gespannt. Ihr sicherlich auch, wie ich mich da anstelle. Aber sicherlich gut. Ich bin eigentlich ganz gut in der Art von Games. So, dann danke ich euch erstmal wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.